Rocket, das Schiff hat anscheinend Schlagseite. Wenn du schon wieder versuchst, ne halbe Tonne Gaffer zu schmuggeln, dann... Hey, ich war's nicht, okay? Ist nur nerviger Erdenschrott, der am Schiff klebt. Ich schüttel ihn ab. Leute! Leute! Hey ihr! Wieso hab ich das Gefühl, dass ihr mich loswerden wollt? Also, was war so schrecklich wichtig, dass du deinen Hals riskierst, um uns davon zu erzählen, Kleiner? Ich bin auf einem Raumschiff. Einem echten Alien-Raumschiff. Was macht der Kopf hier? Künstliche Schwerkraft. Verstehe. Und das? Ist hoch radioaktiv. Was ist hier drin? Hier ist besetzt. Das ätzt dir die Nasenhaare weg. Ich check ja, dass es dein erstes Mal auf einem Raumschiff ist. Aber hast du wirklich eine Lungendekompression riskiert, um unsere Toilette zu bewundern? Ach, stimmt. Entschuldigung. Ich wollte euch sagen, dass der rote Symbiont noch lebt. Und dass er sich ausbreitet. Seht ihr? Was ist da los? Gar nichts. Ich werd garantiert nicht umkehren, nur weil irgend so ein dämliches Menschengerät spinnt. Aber wir müssen umkehren, um den Spinnenmenschen zurückzubringen, oder nicht? Na gut, aber das heißt nicht, dass er recht hat. Wenn ich was wegballer, bleibt es weggeballert. Siehst du, Kleiner nichts zu sehen.